SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser macht Straßenwahlkampf in Frankfurt am Main. Zu ihrer Unterstützung ist der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil nach Hessen gekommen. Dem SPD-Politiker ist gelungen, was Faeser wohl verwehrt bleibt. Er ist zum Regierungschef eines Bundeslandes gewählt worden. Denn die Umfragewerte für Faeser sind anhaltend schlecht in Hessen. Glaubt man den Umfragen, dürfte sich die SPD einen Dreikampf mit Grünen und AfD um Platz 2 liefern. Alle drei Parteien rangieren bei ungefähr 16 Prozent. Zum Vergleich, der regierenden CDU werden mehr als 30 Prozent prognostiziert. Für Faeser geht es um viel. Sollte die gebürtige Hessin bei der Landtagswahl krachend scheitern und womöglich sogar auf Platz 4 landen, wird es wohl auch auf ihrem Posten als Bundesinnenministerin ungemütlich. Denn auch Faesers persönliche Zustimmungswerte sind im Keller. Und als Oppositionsführerin oder Juniorpartnerin der CDU wird sie erklärtermaßen nicht nach Wiesbaden gehen. Sie habe schließlich bereits 18 Jahre lang im Landtag in Wiesbaden gesessen, erklärt Faeser als Begründung. Außerdem häufen sich derzeit die Probleme. In der Migrationsdebatte wirkt die 53-Jährige wie eine Getriebene. Die Affäre um die Versetzung des Chefs des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik wegen angeblicher Russlandnähe hängt ihr wie ein Mühlstein um den Hals. Faeser wäre die erste Ministerpräsidentin Hessens. Schon einmal ist eine Frau von der SPD damit gescheitert, Regierungschefin in Wiesbaden zu werden, Andrea Ypsilanti. Ihre Koalitionsverhandlungen mit der Linken scheiterten damals und Ypsilantis Karriere war beendet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017